Oh, geil, ich hab auch nen Bogen. Aber der ist schon halb kaputt. Meiner ist rot. Scheiße, ich hab kein Schwert mehr. Ich hab nur noch mein billiges Holzschwert. Äh, Schwert kam. Haha, mein billiges, fast kaputtes Holzschwert gegen ein Eisenschwert. War klar. Scheiße, das ist ein Zombie, das ist ein Zombie. An der Tür. Komm schon. Der hat die fast kaputt. Der hat die fast kaputt. Hatt ich auch schon. So, der ist hin. Übrigens, Justus, weißt du, was immer so ne Sache ist, wenn wir skypen? Was? Man hört immer so ein bisschen, was du machst, als du zum Beispiel selbstgegnern gespielt hast, konnte ich in einer anderen Art, manchmal das nukest, weil ich gehört habe, wie du eine Ghosts angewählt hast. Oh. Ja, ich hab auch gestern mal gesagt. Ja, ich hab zu, irgendwas mit Mineralien. Äh. Das Spiel gestern war eigentlich interessant. Ja, es war witzig. Der und die, der und das echt so scheiße. Wir könnten ja StarCraft Metals hochladen. Na ja, aber dann erstmal nicht von mir, weil ich bin noch sau schlecht. Ich hab einfach zu lang nicht mehr gespielt. Du warst sofort so schlecht, das macht doch nichts. Naja, wenn man lang nicht mehr spielt, ist man doppelt schlecht. Ich hab auch lang nicht mehr gespielt und auch generell. So, die erste Reihe der Mauer ist fertig. Ja, schön. Ich kämpfe gerade mit meiner Faust gegen eine scheiß Spinne. Und die macht, die bringen mich gleich um. Well played. Halbes Herz. Kein Essen. Ich hab Karotten, aber ich bin in meiner... Rot, schnell. Okay, ich könnte mir jetzt theoretisch eine Iron-Achse machen. Hey, hey. Ich aus dem Dunkeln angreifen, das ist doch feige. So. So. Was möchtest du? Ich, was ich möchte? Ja. Ich würde gerne zwei Sticks haben. Kannst drei haben. Oh, scheiße. Jetzt hab ich die aufgenommen. Ich geh mir mal die fünf Eisen und pack dir dafür fünf neue Eisen rein, ne? Ja. Wenn du mir auch neues Eisen reinfragst. Hab ich ja. Hab ich das Geld mal gar nicht erkannt. Oh, fuck. Für das Ding krieg ich keine Experienzer, wenn ich mich so sicher... Oh, fuck. Oh, fuck. Verdammt. Verdammt. Rafael, wo bist du? In meiner... Schlucht immer noch. In meiner zweiten Schlucht. So, ich gehe jetzt Holzfarm gleich. Ich bin scheiße, wenn du in einer Schlucht von einem Skelett angeschossen wirst, das erschreckt einen ein wenig. Unbreakable 1, der Fischend C2. Was? Meine Axt. Achso, du hast drei Emeralde. Ja, der ist tot. Und was hat der jetzt für ein Angebot dazu bekommen? Weiß ich nicht, muss ich da mal nachgucken. Oh, das geht voll schnell jetzt. Wie laut einem diese Zombies ins Wort kümmern. Ich mach mal meinen Soundglazer. So, kommt her. Sag mal, Jana, Jan, sag ich schon, Justus, hast du das Video gesehen, das du dir geschickt hast? Nein, hab ich nicht. Hey, Luke hat Hunde. Das ist nämlich eins, mit der kann man... Du meintest doch letztens, dass du Probleme mit diesem Fritzbox-Denker hast, ne? Und das Video... Fritzbox hab ich kein Problem mit. Achso, hast du doch gesagt. Ich dachte... Ach ja, stimmt, Fritzbox, aber... Ne, da nicht den LAN, äh, da nicht den LAN, sondern den WLAN-Teil. Ja, der Witz ist, ähm... Ich hab ein Video gefunden, das heißt Kindersicherung umgehen und ich dachte, das wäre ganz interessant. Hab ich schon viele von gesehen, bis jetzt war keins gut. Und bis jetzt hat keins geholfen. Aha, aha. Aber das sah ziemlich zuverlässig aus. Kannst du einfach probieren. Vielleicht kennst du es auch schon, weil es ist einfach das erste, was ich bringe. Dann kenn ich's, glaube ich. Ah, da ist das. Er verkauft jetzt, hey, jetzt kann man bei ihm eine Iron-Chest-Plate für drei Emerald verkaufen, um Fire-Protection einzubekommen. Na ja, Feuerschutz 1 kann man auch besser kriegen. Ja, ja, aber das muss man machen, damit er wieder neue Sachen bekommt. Ja, ich hab grad aber nichts, was ich sonst verkaufen könnte für noch einen Emerald. Sonst kann ich das gleich machen mal. Ah, ich sammle mal ein bisschen Weizen einfach. Gibt doch einen, der gibt die irgendwie irgendwie für Kohle 20 oder so. Ja, das hab ich schon gemacht. Ich hab wieder drei Emerald. Ich mach aber wohl das mit dem Eisenpanzer. Ich hab nämlich einen Eisenpanzer schon an. Ja, mach das mal. Ich, sag mal, mir grad ein bisschen Weizen. Den ich auch nachpflanze, Raphael. Ich pflanze nach, mittlerweile. Ja, mittlerweile. Dazu muss ich sagen, ich mach mir irgendwann ein eigenes Feld. Ich hab schon ein eigenes Feld. Ja, ich hab mir auch bald was eigenes, aber solange ich jetzt noch nichts eigenes habe, werde ich unter Garantin nicht irgendwie hier nichts nachpflanzen, wenn ich was abbauere. Justus, ich schenke dir was. Was denn? Wo bist du? Äh, ich bin doch direkt bei meiner Hütte, hinterm Feld. Ich pack's einfach in deine, äh, 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 Kiste rein. Ja, was ist das? Was denn? Ne, Steinachsbräu nicht mehr. Äh. Uh, die hat was aus Eisen getroppt, der Schuss. Hey. Justus? Ja? Hast du eins, was ich, wie viel Weizen hast du? Acht. Okay, ich hab auch acht. Gib mir mal die acht. Christus, dann, warte, ich geb dir schon mal einen, den Mal reiten im Voraus. Danke. Dann baue, äh, dann sprich ich mal eben mit dem. Tja, mach nur, wie ich nur ganz netten. Luke ist wieder da. Oder? Ist er? Ja, pff. Dann soll er wieder rein gehen. Dürfte, ja. Äh, wo ist dieser scheiß Beete-Typ? Guten Tag. Hallo. Moin. Hallo, die Nougat-Schnitten. Äh. Da ist der scheiß Beete-Typ. Hallo. Ich würd' gehen mit dir tauschen. Willst du weiter aufnehmen, oder? Ey, was ist das denn für ein Spacko? Was denn? Raphael? Der hat jetzt kein neues Angebot gemacht. Wir brauchen ein bisschen. Was ist denn mit Raphael? Ah, jetzt. Willst du weiter aufnehmen? Jetzt kann man für ein Emerald bei dem Glowstone kaufen, zwei Stück. Was? Willst du weiter aufnehmen, oder nicht? Ja. Okay. Hast du eigentlich auch ein Render-Programm? Ähm, ich hab Movie Maker, das reicht ja wohl. Äh, okay. Wenn du meinst. Movie Maker hat mich bisher noch immer enttäuscht, das klappt schon. Ansonsten kannst du dir ja auch schicken, oder so. Ja, kannst du auch. Zwei, zwei, zwei brauch ich noch. Zwei Weizen. Ich hab drei. Komm her. Ich bin am Brunnen. Oh Mann. Jetzt reicht. Oh. Wenn du nicht kommst, werfe ich das Innenbrunnen. Lauf doch nicht vor mir weg. Ich bin noch am Brunnen. Äh, ich mein den Brunnen von der Stadt. Ich dachte, das wäre der Brunnen von der Stadt. Das da hinten ist der Brunnen von der Stadt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hab bereits Gold gefunden. Ich hab ne Goldrüstung. Ja, ich hab ne Goldrüstung. Ich hab nen Diamant. Ich auch. Das ist mir wiederum egal. Ganz egal. Na du, Galle, nur ein Stickerwasser kaufst du jetzt. Hör mal auf, oh Gott. Nette, ich find das unoriginell. Hey, jetzt kann man elf Pfeile für einen Emeralden kaufen. Oh. Wenn ich einen Emerald bekomme, kann ich mir ordentlich Pfeile machen. Äh. Echt elf? Äh. Hat einer ein Holzkloss? Ja, hab ich. Kannst mal eben hergehen? Ja, ich bin aber weit weg von dir. Danke. Ich hol jetzt mal Stein. Lol. Ich brauch nämlich Sticks. Schöne neue Pfeile. Ich handel grad mal ein bisschen mit den Leuten hier, ne? Ja, für Spaß. Ah, drei Stück kleine Schere, das hatten wir alles schon mal. Ach, die mal reiht für eine Eis-Pickaxe, zu teuer. Mit dem hab ich schon gehandelt. Nein. Nein. Wie hat ja eigentlich an einer Stelle den Zaun geöffnet. Ich bestimmt nicht. Ich nicht. Ich auch nicht. Creeper. Ja, deswegen ist auch der Rest noch heile. Ender man. Ja, kann sein. Ich hab da jetzt einen neuen Sound hingesetzt. Ich check grad mal durch, ob ich noch bei irgendjemandem irgendwas handeln kann. Irgendwas. Um Bedeutung. Wir brauchen Bücherregale. Ich meine, ganz cool ist ein Pfeiler, wo mir stehen würde. Creepy. Ich werd dann gleich mal wieder zu mir gehen und werd dann mein Haus weiterbauen. Die gucken sich immer so an, als würden die sich, als wollten die sich paaren, aber dann paaren die sich nicht. Aber wir vermehren die sich doch schon. Das liegt am Server. Ne, ne, eigentlich ist es so, dass dann so kleine Kinder da sind. Und wenn du erwachsen bist, findest du das nicht mehr so ganz lustig und dann rennst du auch nicht mehr durch die Gegend. Aber du summst es vor dich hin. Ja gut, dann geh ich jetzt wieder zu mir. Und werde dann anfangen, Bier und Schweine zu fahren. Also wenn ich einen Stein hat, immer in die Kiste reinpacken. Ja. An der Kirche? Ja. Okay. Verdammt, ich hab kaum noch Fels. Oh, ich hab zwei Stacks. Das könnt ihr auch einfach damit weiterbauen. Überall muss das drei hoch mindestens sein. Am besten machen die so, dass die überall gleich hoch ist, auch wenn das dann mehr Steine kostet. Äh, wieso? Das sieht viel schicker aus, wenn man so hochkommt. Ja, aber ich will ja so eine Reling dran bauen, das kann ich dann nie so eine Geländer, sag ich jetzt mal, dass da keiner hochkommt, auch die Spinnen nicht hochkommen. Und da müssen sie eigentlich überall gleich hoch sein. Dann sieht das behindert aus. Oh, Moment, warte, bevor du da weiterbaust, ich will da noch eben rüber. Wie viele... Leil, jetzt stehen die alle hier rum. Ja. Ja. Irgendwann kriegen wir auch einen Eisengolem. Mhm. Raphael, soll ich dich mal ärgern? Äh, wahrscheinlich nicht. Guck mal, was ich für eine Hand hab. Sehe ich. Was hat er in der Hand? TNT. 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 Ich hab's geschafft, mir einen Bock zu bauen. Der ist von Luke an und Luke war schon im Wüsten-Templar, hat ganz viel TNT. Ja. Ich brauch mir jetzt erstmal einen frischen Bogen, weil meiner fasst hin.